So Leute, Willkommen zurück zu Curvy's Dreamland 3. Ja, und, ups, ähm, Iceberg. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das das letzte Level ist. Also diese letzte Welt ist. Na klar, es kommt DDD als Endgegner. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen. Wir sind... Ey, geh weg. Spaß. So, was... Schirm! Schirm, 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 schirm. Schirm. Babadabada. Hallo, wie lang fliegt die denn noch? Nein. Upp. Yay, und... Ja. Was ich noch sagen wollte, dass... Dieses Let's Play, denke ich mal, nähert sich langsam mit dem Ende. Und... Na ja, ist jetzt nicht... Also, finde ich jetzt nicht so schlecht, aber... Upp. What the hell. Ähm, aber... Na gut, es war... Ich finde, es ist ein schönes... Wirklich ein schönes Spiel. Also, es macht wirklich Spaß. Und... Auch wenn... Das Spiel wirklich durch kleine Bugs geglänzt hat. Also... Mir gefällt's jetzt langsam. Was heißt, mir gefällt's jetzt langsam? Mir gefällt's jetzt auch... Auf jeden Fall. Ja, ich... Ich... Also... Ja, hier braucht man ein bisschen Feuer. Aber ich... Ich würde ja eh nicht einsamisch werden, ich 100% oder so machen. Obwohl ich so einiges wahrscheinlich hätte machen können. Ach... Ach, übrigens... Ähm... Ich hab geguckt... Das hier ist Rick und... Ähm... Ähm... Diese Katze... Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Kucku? Irgendwie... Oder... Mio Mio oder... Momo oder... Ich denk mal nicht, dass sie Momo hieß. Aber Mio Mio oder irgendwas mit... Ach, leck dich doch. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Momo oder Mio Mio oder... Keine Ahnung. Iceman! Yeah, Iceman! Oh, what the hell. Bombtypen. Bombtypen, die eigentlich gar keine Bombtypen sind, sondern nur die großen sind Bombtypen. Flügel. Ich wollte das böse Elf vorhin sagen. Ich hab nur angefangen. Och, Waddle-Dee. So, kaputt, 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 kaputt. Yeah, Party! Waddle-Dee. Hand. Hallo? Yeah! Hat das Ende... Hat das Ende auch mein Level? Och. Och, na, das wird ja ein... Och, mit Fledermäuse. Und Yetis! Na, da freu ich mich ja jetzt schon. Nein, geht weg! Die Fledermäuse sind echt doof. Geh weg, Fledermaus. Och, Ende, 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 what the? Oh, welche Plasma... Kugeln. Oh. Oh. Dort auch noch viel. Höpf. Yeah, ein Gründer der Hand. What? Metroid? Metroid? Ach, Schwein, geh weg. Schwein, geh weg. Schwein... Das war so klar. Yeah, Party! Och, ich hasse es. ja ja komm nein noch machen warum die ich hätte es jetzt über das ist mir zu doof du 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 hallo sind wir irgendwann mal am ende so lange hat es doch gerade nicht getragen ja das ist nicht immer 8 und ist krein das krein worte auch nein Was soll Eis? Ach du heilige Scheiße. Nein. Lass mich in Ruhe. Na, what the... Was soll das denn? Jetzt verfolgen mich Wolken. Das macht mir Angst. Vor allem, ich komme immer näher. Ich sehe nichts mehr. Das ist unfair. Ach, wir sind fertig damit. Ach, das war ja jetzt mal... Sehr schön. Ach, und ich hab... Oh, 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 what? Das war jetzt aber mehr als knapp. Metroid. Ach, Metroid. Na, leck, kaum zu bauen. Dü, 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 fick... Äh, wam, nam, nam. Knampf, 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 knampf. Yeah. Ey, lass die mich mal in Ruhe. So. Ja, da sind bestimmt auch wieder Metroids drüber. Ja. Ja. Ach, leck mich doch. Los, komm. Give it to me. Yeah. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie so abgöttisch. Nein, ich bin so doof. Ich mach jetzt nur fairer. Gib mir das mit. Ja, er freut euch jetzt wahrscheinlich. Ja, der ist so doof. Ich kann das nie regieren. Yeah. 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 What the... Das war knapp. Ich hasse diesen Kerl. Bastard. Ey, ich sterbe jetzt. Geh weg. Och, ich hasse dich. Spack. Oh. Hallo? Danke, das wollte ich nicht. Ne, ne, ne. Haha. Voll ge... Öff, das war so klar, oder? Oh, warum noch einmal? Hatten wir das nicht gerade eben schon genug? Och, ich hasse es. Vor allem, es kommt immer näher. Kirby, lauf! Run, Kirby, run! I don't know where I am. Ey, wenn ich jetzt sterbe. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich bin. Was? Nein, oder? Super. Was ist das denn für ein Rutz? Okay, Leute, äh, diese, äh, diesen Schwierigkeitsrat habe ich jetzt gerade nicht verstanden, aber lassen wir es mal gut sein, ja. Also, bis morgen. Ciao.